hallo und herzlich willkommen hier ist wieder also beim ersten video heute euer Silvio LP wie ihr schon gehört habt von TCC Silvio das bin ja auch ich Black Ops Videos und heute ist eins ja und hier habe ich Postzahmung richtig geil auf PC ich nehme mal die LSAT weil die ist richtig Hammer geil und ja dann gucken wir mal ich bin aber richtig schlecht in Black Ops auf PC das muss ich mal sagen auf PS3 bin ich viel besser ähm ja das wird heute ein bisschen kurzes Video weil ich heute nur also morgen wieder Schule habt dann muss er früher ins Bett ja dann lädt es vielleicht immer ein bisschen länger bei mir ähm auf PC Lads immer ein bisschen länger ja jetzt warten wir mal und da kommt schon meine Nachricht im Handy ähm so ja es lädt ein bisschen zu lange schon über drei Sekunden ja ähm naja egal Hauptsache du hast danach Spaß jetzt jetzt haben wir eine Runde suchen und zu stören endlich kommt es warten auf Texturen Texturen ach so ach so du auch ruhig bitte wer war das jetzt ich weiß nicht seit wann man mit Headset auf dem Ding auf ähm PC ähm also seit wann man auf PC mit Headset reden kann das weiß ich nicht und wisst ihr was geil aussieht einfach nur die Tarnung sieht geil aus nur die Tarnung nur die Tarnung sieht richtig geil aus und hier die auch aber wie viel Leben noch aus dem Gegner das sind schon mal viel okay dann lege ich mich hier mal hin okay hier ist keiner ähm ja ich nehme die Bombe wow wow okay okay der hat auch Black Ops Tarn äh Ding Ghost Tarnung die ist einfach richtig geil muss müsst ihr euch auch mal hin machen bei Black Ops ist richtig geil oh das die sind gestorben hier oh ich nein okay ich hab die Bombe ich mach sie jetzt mal scharf te 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 alter ich bin nein oder ich bin allein so hier weg ja und jetzt weiß ich mehr wie man sich hinsetzt schau naja egal da muss ich wohl stehen nein nein wo war der das weiß ich nicht ich hab den auch nicht gesehen nein ein Pisser alter das das ist ein bisschen lautstärke runter schau einstellen um um zu um durch so und dann ist es ja kurz ich hab die nicht gesehen ja okay da bist du fällen hier habe ich hab da hingeguckt egal jetzt zog ich die noch fertig glaubt die Runde und dann gehe ich er dann höre ich auf ja Nio was ich bin richtig schlecht bei PC ich gebe es selber zu aber nein ich hab den später gesehen naja egal ja das ist ja auch erst das erste Video auf dem Kanal jetzt grad ähm ja ok also wenn ich Controller hätte auf PC dann wäre ich gerusht weil dann mit Controller gehe ich so ab so ne so wie ne Maschine gehe ich ab ey ja und jetzt hat Skillet der beschrieben ich soll Skype kommen hab ich mit keine Lust ich mach grad ein Let's Play Let's Play B2 wie kann man es am besten nennen Let's Play Let's Show oder keine Ahnung Alter er zieht alle ab 5 Kills ohne zu sterben ohne zu sterben Kevin da wieder he 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 den muss ich auch frei einstellen stimmt sorry hier noch und dann der hier noch tipp so ähm So, ich geh mal kurz hier in den Deck, um Skilled Dept zu schreiben, kurz. Ja, gleich. So. Okay, Judo. Ähm, jetzt rush ich. So. Boah. Sieht richtig geil aus. Mit Ghost Stings überall. Richtig Hammer. Okay, ich sag nur noch die kleine Runde, dann höre ich leider auf, weil, ja, heute ist ja das erste Video, also nicht gleich übertreiben mit 30 Minuten, wie bei meinem anderen Kanal, TC Silvio. Also, ja, ist ja auch schon die achte Folge, also kann man da schon ein bisschen länger machen. Ja. Jo, Leute. Ähm, das war's dann auch schon wieder. Jetzt gucken wir die Killcam noch an. Ja. Ja. Okay, der wird da runter. Nein, okay. Ähm, ja. Leute, das war's auch schon wieder mit Silvio LP. Okay. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und, ähm, lasst doch ein Abo da, weil ich hab noch keine Abos, ja, leider. Lasst ein Abo da. Ähm, und wenn's euch gefallen hat, gebt einfach einen Daumen hoch. Und der hat sich da hochgeglitscht. Und, ja, dann sag ich... Ah, ne, der hat sich hochgeglitscht. Sorry. Ähm, ja, dann sag ich schon mal... Ciao, Leute. Bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also, dann... Ciao!